Hallihallo Leute, hier zu einem kleinen Clan Info Video. Hier möchten wir uns vorstellen, ich bin der Lötpoldkiller, da ist der Zocker-Befahr, da ist der Sucking, der Sago und da ist der, der Lollipop. Und hier haben wir den Gegner, der ist aber ganz schnell weg, weil wir ein guter Clan sind. Okay, was heißt ein guter Clan? Wir haben auch drei gegen eins. Wir sagen mal so, wir wollen uns, ja, wir wissen halt, wie schwer das für manche Anfänger ist, einen Clan zu finden. Ich steh da oben, ich steh da oben. Mann, selke mal ruhig, weil alle meinen, ja, deine KD ist schlecht, deine Edo ist schlecht, uns ist es egal, wir wollen einfach nur Spaß haben, wir haben natürlich auch Clan Wars und Fun Wars. Und die Homepage steht in der Beschreibung, Homepage in der Beschreibung und Skype und so nicht TS. Au, her, auf, was ist denn das? Ah, das kenn ich doch nicht. Käthi noch nicht. Ja, noch er hat, wow, alter, der ist jetzt tot. Loll, er, achso, wir müssen noch was sagen, ihr denkt jetzt vielleicht, öh, low Level 16 und so. Ne, 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 wir haben uns nur schnell neue Charakter gestern erstellt und haben die schnell hochgelevelt. Genau. Deswegen bin ich auch Level 21, genau. Ja gut, das nicht, das nicht, das hab ich. Also ich bin so schlecht. Aber ich bin jetzt Level 10, ich hab mir da einen neuen gemacht, weil wir auch so ein Loft. Du bist behindert, Mann, lass es. Und ich bin kein Noob-Basher, wollte ich nur sagen. Oh, nein, juhu. So, wochen... Ja, Entschuldigung, dass ich gesagt hab, er ist so ein bisschen reif, also eigentlich sind wir ganz reif. Ja, eigentlich schon. Wir sind... Gut, wir haben natürlich auch Spaß und darum, es sind auch manchmal Quatsch. Aber wir sind jetzt nicht so ficktig oder so, ja? So ficktig oder so, ja? Nein, nein, vielleicht sagen wir es mal auch Spaß. Alter, da kenn ich noch gestern. Und noch was, Nationals sind die Besten, die Geilsten. Nein, 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 das kann man nicht so sagen. Es können auch Rides natürlich nicht sagen. Ja klar, alles ist willkommen und ja. Okay, lass ihn, lass ihn nicht anschließen. Er hat ganz wenig HP. Das Mindestalter würde ich sagen, ey, Fick... So, so, im Moment zum Beispiel, da riege ich mich echt auf, weil zum Glück muss man... Nein, wo steht... Ab ihn, ab ihn. Okay, also, der Mindest... Das Mindestalter eigentlich machen wir... Wir machen bei den hier, der ist nämlich zwölf und... Das Mindestalter ist ab zwölf. Nein, lass mich doch mal bitte ausreden. Das, das hier, der hier ist zwölf, der Lollipop hier, der hier. Oh, sorry. Hey, Alter. Oh, Entschuldigung. Und da, der Zocker-B-A... Hey, pass auf, da kommt einer, der kommt einer, der kommt einer. Hey, der kommt der. Der ist Fall 13 und, ja, dann ist es Mindestalter 13, hätte ich gesagt. Einer ist eine Ausnahme, weil wir ihn kennen halt. Ja, klar, wir kennen ihn schon ziemlich lang und persönlich. Ja, genau, pop-sinnig. Ist er eine Ausnahme, ey. Jetzt, Mann, vermassen wir uns nicht alles. Ne, Spaß. Ähm, ja, passt schon. Und... Ja, ihr könnt einfach dazu kommen, wir werden... Ich werde nachher ein paar bester... Du bist so ein Ausfluch, ganz ehrlich, Entschuldigung. Ja, ganz ehrlich, Entschuldigung. Ja, okay. Ja. Hey, du hast mich dreimal. Dreimal, okay? Also lass mich. Ja, genau, lass ihn einfach. Ist egal, Mann, ist es... Und er ist österreichischer für seinen Dialekt, ja? Der ist geil, gell? Ja. Ja, ich finde es auch voll geil, österreichisch. Österreichisch. Sag mal einfach. Ich schon. Kommst du aus... Scheiße, ich brauch hier, ich brauch hier, ich brauch hier. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab's grad noch so geschafft. Ey, guck mal, ich kann mit meinem Level 10er hier gar nichts anrichten gegen so ein 20er fast. Ich hab richtig viel Glück. Und wir uns jetzt, äh, Homepage, wie gesagt, in der Beschreibung und hiermit verabschieden wir uns plötzlich manchmal. Nur ein kleines Info. Und nachher, und jetzt danach kommen noch gleich die schönen Augenblicke von den besten, nicht den besten Kills, also die Standard-Kills, die wir tun. Ja, die schönen Momente und sowas, alles, was lustig war und so, und ja. Wo wir ab noch, wo es noch das alte BFH gibt, muss man betonen, gab. Weil das alte BFH war deutlich besser als das jetzige. Ja, und hiermit verabschieden wir uns und ich sage tschüss. Sag, 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 tschüss. Zack, zack, rein in den Sack. Jo. Haut rein, Leute. Ja, und hiermit verabschieden wir uns. Ich schüttelte Träume, Bilder aus alten Tagen, vom Wahnsinn, den ich lebte, und was sie mir heute sagen. Ich schlief zu wenig und ich trank zu viel. Die Schmerzen im Kopf waren ein vertrautes Gefühl. Ich schwenk auf, auf gute Freunde, verloren in Liebe, auf alte Götter.